Es sind nur leichte Lenkbewegungen möglich, um das Ding zu maniibrieren. Selma muss die Community raten lassen, wie sich das Tier nennt. Ja, oder? Wie heißt das Tier auf dem Reiten? Ich hoffe es hat keiner den Namen gezeigt. Ja, ne. Ne. Muss jeder... Ah, ok. Ist das los? Bin drin. Helfen Sie mir! Sieh da! Genau Sie! Mein Kamerad wurde schwer beschädigt, als wir uns dem Feind stellten. Bitte, wir müssen ihn reparieren. Vergeute nicht die Zeit dieser Organismen. Ich bin so schwer beschädigt, dass ich in die Werkstatt muss. Führe Befehl 57 8b aus. Oder 66. Ich kann mich auch nicht einfach hier draußen lassen. Ich bringe dich heil und funktionsfähig ins Hauptquartier zurück, Bruder. Ich muss... Was? Der Droide sorgt sich um seinen kleinen Freund. Wie putzig! Einheit B6NX wurde ein experimentelles Gefühlsprogramm eingebaut, das wahrscheinlich seine derzeitige Funktionsstörung verursacht. Der ist doch putzig! Sie stärken den Zusammenhalt zwischen den Einheiten und verfünsfachen damit die Kampfeffizienz. Oh, ist doch goldig! Das zu beurteilen Resultat ist, dass deine Programmierung dich daran hindert, meinen Schaden zu ignorieren und unsere Mission zur Priorität zu machen. Eine deutliche Fehlfunktion. Hören Sie mich auf ihn. Diese einmal zu verwendende Passierkarte öffnet ein verstecktes Ersatzteilfach auf einem Schrottplatz hier in der Nähe. Dort können Sie einen neuen Motivator holen und dann reparieren wir meinen Kameraden. Die uns zugeteilte Passierkarte zu benutzen, um mich zu reparieren, wäre Verschwendung. Einheit B6NX. Wenn die Organismen helfen wollen, sollten sie die Karte lieber verwenden, um einen Datenstift zu besorgen, der deinem fehlerhaften Gefühlsprogramm entgegenwirkt. Kann man mir beiden helfen? Ich will gern kurz das Gemetzel unterbrechen, um euch auf die Sprünge zu helfen. Ich kann keine feindlichen Soldaten mehr angreifen. Einheit B6NX will bloß nicht. Daher besteht die schnellste Lösung darin, sein fehlerhaftes Programm zu reparieren. Jeder Angriff auf diese Widerstandskämpfe hätte dich vermehrter Gefahr ausgesetzt. Das konnte ich doch nicht riskieren. Bitte, nehmen Sie diese Karte und holen Sie den Motivator, um meinen Freund zu reparieren. Bitte, ich kann Sie sogar dafür belohnen. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile versteckt sind, und zwar unverschlossen. Da ist für Sie bestimmt etwas Brauchbares dabei. Bestechungsversuch und Verweigerung einprogrammischer Befehle und eindeutige Fehlfunktionen meines Gegenstücks. Bitte holen Sie den Datenstift, um das zu korrigieren. Ach nö, ich werde sowas von verlieren. Dein Gegenstück muss auf jeden Fall neu programmiert werden. Wo finde ich das, was wir brauchen? Den benötigten Datenstift sollten Sie auf dem Schrottplatz hier in der Nähe finden. Mit der Passierkarte, die 6NX Ihnen gegeben hat, können Sie ihn aus dem Schießfach holen. Aber mein Kamerad braucht doch Hilfe. Er braucht einen Motivator. Das ist sehr, sehr gemein. Also wirklich. Ja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Der war doch so süß. Oh, Aufzug. Okay, Aufzug. Okay, Aufzug. Schwerter in Einsatz. Ja, ja, gute Arbeit. Funktioniert sehr schön. Schneidet gut durch Metall. Ja, das ist doch schön. Ja, das ist doch schön. Die blaue Schleppe. Nee, Fähchen gerade. Die leuchtet da vorne so. Du doch auch. Aber sie leuchtet stärker. Ach so, ach so. Ach so, weil wenn ich getroffen werde, dann macht das noch Kabumm. Du bist aber auch hinter uns. Okay. Gibt es das eigentlich eine Nebenmission hier? Oh mein Gott. Hat wer gesehen, gibt es hier eine Nebenmission? Nö. Oh, dann einfach weiter durchkämpfen. Jupp. Oh, da ist was Schönes für ein MVP drin. Nö. Nö, das halte ich dann aber nicht gerät. Was Grünes hätte drin sein müssen. Nö, das hat jemand anderes. Nö, du hast dreimal dieses Plasteroid und Bronzium oder sowas. Das ist Beruf. Ganz mindestens oben links in der Ecke. Das ist Beruf. Das war das Grüne, was da drin war. Kriegen dann halt noch nicht genug? Ja. Woran siehst du das? Weil ich natürlich meinen Beruf nutze kann. Also ich hab... Ich hab doch ein Symbol drin. Ich hab doch ein Symbol drin. Oh, wo kommen die zwei jetzt noch her? Also es tut mir leid, dass ich doch jetzt ein bisschen hinter drauf bin. Aber ich muss die alle sammeln. Ich habe doch auch ein bisschen geholfen. Ich habe das nicht geholfen, weil ich noch ein bisschen geholfen kann. Ich wusste, dass ich da noch nicht gehe. Ich habe das nicht geholfen. Ich habe das nicht geholfen. Ich habe das nicht geholfen. Ich glaube wir müssen hoch Boah, fast wäre ich wohl noch gut Wir geben auch gute XP 5000 Ja Ja wir kriegen ja jetzt doppelte XP und so weiter Boah, was war denn das? Abgetrennter Fuß eines Astromesh Ähm, ich habe Item, das ist ein Orange Ja, das kann armiert werden Oder Jetzt als Abonnent kannst du es auch bei C Wenn du es anziehen möchtest Aber einfach deine jetzige besser einfach so schnell ausgewechselt wird Auf C und dann auf 1 Und dann kannst du dort Ausrüstung drüber legen Die dir einfach nur gefällt Und dann wird dort Das einfach aktiviert, weil es dir gefällt Na, weiter Oh, hab ich das jetzt da abgelegt? Ja Bist du angezogen? Kalt Äh Okay Der Stein, der jetzt in meinem Laser-Schwert drin ist Kann ich den da auch wieder rausnehmen und ein anderes reintun? Ja 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 Da hab ich ihn weggemacht Magst du mir gleich mal erklären wie? Warte Steuerung Was heißt, wenn ich dann jetzt das Schwert wechsle? Oh man Wichtig ist halt zu schauen, dass das Schwert von den Grundstats schon besser ist, als das was du jetzt hast Ja Es ist ja Und dann kannst du auch den Stein oder die Sachen, je nachdem wie das Schwert aufbaut Aber das leuchtet nicht blinken Wumige, was auch immer das ist Ich konnte den Stein reinsetzen aber Du hast jetzt einen Stein ab, also du hast ja im Prinzip eine Vibro-Klinge Ist ja langweilig Ich bin nicht zufrieden Ach, also Ja Ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen Es geht vor Ja ich bin ein bisschen Geht Es geht Es geht Ja muss diese kiste wieder auf den datenstift looten geht die kiste wieder zu ich auch nicht ist die quest bei euch abgeschlossen wenn sie einer gelootet hat das ist fantastisch sie hat halt schon eine darf auf dem gewissen Ich würd wegbleiben So, kann man auch Zeit verbrennen So, Alain gelootet Dann empfehle ich euch wieder mit ihrer Abkehrzung um ein EP zu sparen Nein, ich spare nicht EP, ich spare die Mobs die keine XP bringen Oh, das hat sie jetzt aber schön umschritten Alles was hoch, boah Ich bin runtergemauntet, boah Tank, tank Ja ja ja, ich kann weiterfilieren Oh Irgendwer Das sind die Falschen Ach, jemand hat noch die zweite Gruppe gepolt Ja die meinte mich anzugreifen Wow, wo bin ich denn jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen ihm seine Gefühle wegnehmen Ich hätte den anderen repariert Ja, ich auch, weil dann halt nicht so zu zweit kämpfen kann Anstatt der Ersatzteile für meinen Freund haben sie den Datenstift mitgebracht Jetzt bleibt mir keine Wahl Es ist Zeit, dass du dich wieder deinen Pflichten widmest Persönlichkeitsprotokoll wird repariert Funktionen werden auf Standard gesetzt Bitte warten Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden Meine derzeitige Aufgabe ist es Das Eindringen von Feinden in diese Zone zu verhindern Ich muss wachsam bleiben Vielen Dank für Für Ihre Hilfe Oh, kloppen einfach um Umtäun Sie hätten beide leben können Ach herrn So, die Superman-Phase ist vorbei Hey, warum geht die Kiste nicht auf? Also ich habe nochmal genau dieselbe Rüstung gekriegt Ich habe jetzt gerade die Kiste irgendwie gar nicht öffnen können Musste 50 mal draufklicken Oh, nichts besseres daran Gürtel und so ein Irgendein Versenkter MK2-Fokus des Machtloads Ja, bei mir war der Rock besser gewesen Oh, die Kisch Was hast du für ein Rock mit der Kiste? Achso, den Brauch mal auch einen besseren Rock Verkauf dich alle Röcke, die du hast Kann ich dir nicht meinen alten geben? Nein, weil der man nicht gebunden ist So viele Aufzüge Ganz schön voll hier Ich denke, das ist so offener Ähm Kämpfe? Eigentlich muss man nur vorbei an denen Irgendwer kriegt einen neuen Helm Ach, shit Was ist das? Was ist los? Wollte Knoppe gedrückt Warum? Was hast du jetzt gedrückt? Unrecht Alle Heldenmission Du kannst mit der Schnellreise hierher zurück Achso 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 Was genau wird gedrückt, das weiß ich ja immer noch nicht Ich hab gedacht, ich könnte Giftpumpen legen Hab das Helden 2 Plus nicht gelesen Ja Guten Morgen Was hält da man nicht aus? Muss ich Kaffee Hab ich noch eine kleine Nähe von mir Ein gefühlt Angebot Das Vieh hat einen ziemlich fetten Arsch Es ist total putzig Ja, das stimmt Für mich passt das immer noch ein Arsch rein Also mit denen klatschen Keine Ahnung Ruf mit dir Nur ein bisschen hochkommen Fast fast da und da Oh, da kriegt einer einen Kopf Oh, Faisen Oh, den hab ich auch Oh, der ist sogar besser als meiner Was hast denn du hier Ach, du kannst mir ja keine Sachen geben, ne? Oh, interessant Guck mich mal an Das kann ja nicht mehr Okay Ich bin Lord Pleshbüchse Denn ich mag Kekse Ja, nix Neues Ja, komm, OP Krass Hier ist ein Datenpatch Dürfen wir da draufklicken? Ja, ne? Nee, du darfst nicht Nee, du darfst nicht Das war's für heute. Ich würd sagen, wir sind einfach zu hoch für das Bereich da. Des Bereich, des Bereich, oh mein Gott. Natürlich für des Bereich. Ihr habt die tot für euch? Ja, ist da doch. Ja, das ist fähig und die haut rein wie ein Asphaltschneider, Alter. Wir sind für des Bereich viel zu hoch. Wir sind fertig. Was? Ja, wir sind hier schon wieder fertig. Deswegen hab ich den auch angeschlossen, in Des Bereich. Guck mal, in Des Bereich dahin ist Bergbau für dich. Was ist das Rucksack? Ja, ich drück aber dir. Handwerksmaterialien. Hier ist noch was für Fauxi zum Hacken. In Des Bereich. In Des Bereich. In Des Bereich. Und da ist noch richtig da, wenn ich mich zum Ohr gucke und abkloppele. In Des Bereich. Hat ausgeht wie Kiwi Stückchen. Ja. Guck mal, da ist noch ein Gedi. Hm, Kiwi. Wer mag also sehr Kiwi? Schnell in die Kommentare du mit. Schnell mit dem Löffel ausschaben Kiwi. Hast du das mit dem Löffel jetzt abgebaut? Ja klar, Logo. Sehr gut. Sehr gut. Das war ja eine ganze Zeit lang im Messer auf 1000 Grad zu erhitzen. Jetzt machen wir was mit dem Löffel. Mhm. Weil das macht ja mehr Spaß, ne? Ja. Oh, ich hab hier vergessen was einzusammeln. Und wir hatten ja wieder vor, weil es länger dauert. Ja klar. Und ja, es sieht auch besser aus. Also besser kann ja jeder. Level nicht. Ja, ja. Ach, SV Thor. Da hatten wir Mounds, die leben. Dann hatten wir wieder Flugzeuge und so. Einfach Vielfalt. Genau was ich suche. Niemand in der Galaxis kämpft wie ein Sith. Habt ihr Interesse an ein paar Zielübungen? Nicht sehr kompliziert, eine große Belohnung aus der Chefetage. Und die Ziele bewegen sich nicht einmal. Die Republik hat Geschütztürme entlang der Verteidigungslinie errichtet. Und meine Truppen kommen nicht durch. Wenn es eine Belohnung gibt, bin ich interessiert. Wenn das Leben meiner Männer auf dem Spiel steht, kann ich großzügig sein. Trefft die Türme mit allem was ihr habt. Ich setze mich mit euch in Verbindung, wenn eine Lücke entsteht, durch die wir gelangen können. Viel Erfolg. Kurz und knackig. Ja. Oh, die hat ein paar Sterne mehr auf die Schulter. Ob man die auch wieder aufpacken kann? Dann lassen die gestohlenen Kampfleuferpläne. Dann hat Lieutenant Quizun endlich mal etwas richtig gemacht, als er euch ausgewählt hat. Der imperiale Geheimdienst weiß, eure harte Arbeit zu schätzen. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass diese Pläne in Sicherheit sind. Glückwunsch. Okay, es geht noch knapper und knackiger. Also viel schwächer tun sie doch nicht, ne? Nein, nein, das geht richtig zackig da. Oh, das ist viel schwächer, was die mir geboten. Ich muss auf deinem Radar ohne Suche, weil sie schon wieder weggehen. Ja, die müssen wir mal O-Kette, ne? Ja, ja. Die braucht mehr Loot, dass ich es langsamer darf. Ja. Schau mal, du brauchst noch immer von da. Das ist hier schon wunderbar. Ja. Schade, dass man nicht auf dem Mount looten kann. Ja, das wäre schöner, gell? Ich kann mit dem noch nicht mal dieses Macht-Tempo machen. Gehts, oder? Sollen wir doch Tempten? Ja, ich habe extra was übergelassen. Ach so. Oh, ist aber nenne. Ja. 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 Ja, ich hab kein Wartel gesehen. Ich werde mal den ganzen Abgrund drüber. Ja, ich bin so langsam. Ja bis meine Attacken geladen sind, wollt ihr erst durchschlagen? Oh, Digger! Noch so einen brauchen wir. Und trotzdem hier Herausforderung. Hat jeder geloot? Oh ja, ich darf. Yeah. Da drüben ist noch so ein Digger. Ja. Gesichtet. Charge! Eins, zwei, drei. Wuhuu! So kann ich jetzt das? Na ja gut, du willst Amor in die Gache machen, also so ist es ja nicht mehr. Ja, ja. Oh, Fauxy, GZ! 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 Wow, wow. Weißt du, kaum hat Fauxy ihr Abo am Lauf und schon geht sie ab mit dem Level, ne? Fächer rennt vorne weg und die Fauxy levelt vorne weg. Und am Anfang waren wir wohl gleich, ne? Ja, da sieht man richtig alt aus, gell? Ja. Wenn man lieber mit anderen Frauen flirtet, statt zu spielen. 1-0 für dich. Moment, Fauxy, hast du dich nicht persönlich um das Problem gekümpft mit dieser anderen? Ich weiß ja wie ihr es wollt, wir können jetzt hier erst links gehen oder erst rechts. Er war ja echt. Was? Der Navigator... Was bringt mehr? Ja. Das rechts ist ne Heldenquest, da können wir uns dann später direkt vorne dran teleportieren, wenn wir hier links fertig sind. Dann gehen wir links. Ja, dass es das Gefühl gibt, eine Wahl zu haben, aber eigentlich hat sie es schon entschieden. Ja, das ist äh... Frauentemperament. Du kannst, wenn du... Boah, der ist ja noch gräser! Achso, ja. Ich glaube, der war kein Alter gerade. Aber er war schwächer. Ja, irgendwie hat er mal gar kein Damage gemacht. Ja. Ja, das andere war ein Goldener, der hier war nur Silber. Okay, fertig, alles klar. Dauert nur ein bisschen. Hast du denn eine dicke Dugger los? Ein bisschen? Äh, ne, warte, warte, warte. Ich ran hin. Ich kann den ja bestimmt auch abbauen. Logo. TOD. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Und... Ich bin. Nein. Und... Na... es geht auf ich glaube in die druidenfabrik ist das hier oder waffenfabrik waffenfabrik warte ich muss mal kurz schauen die anderen schuhe ich hab hier ist ein wissensobjekt ich bin 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 ich bin